Ich wette, du packst es nicht, den Refrain sauber hinzukriegen, ohne total abzugehen. Die Krono-Schock 13. Das hat euch noch keiner gesagt, oder? Eure Firma wurde dicht gemacht. Sie haben die Firma dicht gemacht? Das läuft jetzt alles übers Internet. Ihr Zweiver, tolle Verkäufer. Aber mal ehrlich, ihr seid Dinosaurier. Nick, ich hab's. Google. Du hast für uns einen Job bei Google? Naja, kein Jobjob. Eher ein Praktikum, woraus sich einen Job ergeben könnte. Willkommen bei Google. Uns erwarten so eine Art geistiger Hunger-Games gegen Haufen genialer Kids um eine Handvoll Jobs. Ich bin Lyle, einer der Teammanager. Hau drauf. Oh, normalerweise streckt man die Faust einfach raus, ohne was zu sagen, das reicht. Komm schon, Bruder, mach's mir mit deiner Faust. Das sagt man auf jeden Fall anders. Ihr seid Praktikanten? Krass. Ist aber so. Ihr seid so alt. Ich dachte, ihr wärt wichtig. Manchmal sind die hoffnungslosesten Fälle am Ende die besten. Rote Kelle heißt nein, grüne Kelle heißt ja. Ja, mit dem Boss ein Bier trinken. Sagen Sie, wenn Sie mit mir ein kühles Blondes zischen wollen. Ich werde bestimmt kein kühles Blondes mit Ihnen zischen. Und ein Kiffen? Eure Aufgabe? Findet den Bach. Ihr zwei zieht los und findet den Programmierer. Sein Name ist Charles Xavier. Er ist ein Professor. Er sitzt im Rollstuhl. Charles Xavier? Ihr habt mich erwischt. Cyclops, Rogue, wir sind alle hier. Und nun lasse ich euch an meinem Weisheitenteil haben. Oh mein Gott! Professor Xavier ist ein totales... Er ist ein paar Sagen, gerade bei uns... Vielen Dank.